Unsere Alpenboys. Die Alpenboys in aller Munde spielen heute auf in froher Runde. Sollte sie einer noch nicht kennen, werde ich sie jetzt beim Namen nennen. Bertl rechts spielt auf den Bessen. Beim Zusehen könnte man ihn fressen. Der Senna Heli, die wilde Hummel, tritt manchmal auf in Frauenfummel. Das liebte. Das danke. Multitalent hat ein neues, in Klammer altes Gesicht. Michi spielt Instrumente, ein wahres Gedicht. Ja, Schumann Andi, Keyboard und Gesang, hat einen wirklich geilen Klang. Ein super Typ, ein geiler Schmäh, er gilt als neuer Chardonnay. Vielen Dank für die schönen Stunden und der super Unterhaltung, euer Fink. Dankeschön, danke.